Frauen wurden gebranntmarkt. Man schur ihnen den Kopf kahl, manchmal auch die Scham, und führte sie öffentlich vor. Das mit dem Scheren war damals nicht neu. Haare waren schon immer gleichbedeutend mit Weiblichkeit. Weiblichkeit wiederum lange Zeit die einzige Identität einer Frau. Ihr das Haar zu nehmen, bedeutete, sie ihre Identität zu berauben. Schon in der Antike wurden untreue Frauen geschoren, ebenso im Mittelalter. Während der Hexen jagten, rasierte man den Damen die Scham, um das Mahl des Teufels zu finden, oder sie durch Demütigung zu einem Geständnis zu drängen.